Und das hat mir wirklich gezeigt, die wollen genau dasselbe wie wir. Und das pusht einen enorm. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Smart Factory ist eine Forschungs- und Lernfabrik für die digitale Transformation im Kontext Fertigung. Das heißt, wir haben in dieser Forschungsfabrik und das, was Sie hier alle sehen, über unsere Showcases die Möglichkeit, die Themen wirklich im wahrsten Sinn des Wortes begreifbar zu machen. Und da war uns natürlich T-Systems hoch willkommen, weil die haben dann die gesamte Expertise eingebracht. Wie können wir eine Fertigung schützen, obwohl wir die Vorzüge des Internets nutzen? Und da haben wir schon eine Reihe von hochinteressanten Showcases gestartet und auch entwickelt. Wenn T-Systems nicht an Bord gewesen wäre, hätte ganz Wesentliches gefehlt. Sie müssen sich vorstellen, wir als Institut für Fertigungstechnik sind Maschinenbauer. Das heißt, das Thema der IT ist uns nur enzyklopädisch oder nur ganz grob bekannt. Und da konnten wir Gott sei Dank zugreifen auf die breite Expertise und die breite Aufstellung von T-Systems. Da wir uns auch Lernfabrik für datensichere Fertigung nennen, haben wir mit T-Systems einen Partner, der für uns die Security-Konzepte umsetzt, speziell auf den IT- und OT-Bereich bezogen. Sprich, wir haben Netzwerksegmentierungskonzepte implementiert, die im Bereich der digitalisierten Fertigung einen ganz essentiellen Bestandteil abbilden. Des Weiteren haben wir auch sogenannte Angriffserkennungssysteme. In Summe kann man sagen, dass T-Systems uns geholfen hat, die IT und die OT zu verbinden und Cybersecurity-mäßig abzusichern. Das Zweite ist, dass wir auf IT-Ebene hier mehrere verschiedene proprietäre Systeme miteinander verbinden, sprich vernetzen konnten. Das heißt, wir haben ein PLM-System von einem Hersteller, wir haben ein ERP-System von einem anderen Hersteller und ein MES, Manufacturing Execution System, wieder von einem anderen Hersteller. Eine ganz typische Angelegenheit, wie es in Betrieben, die gewachsen sind, vorliegen. Und mit Hilfe von T-Systems konnten wir diese drei verschiedenen proprietären Systeme verknüpfen. Das über einen sogenannten Enterprise Service Bus oder der Produktname von T-Systems heißt in dem Fall PDM Web Connector. Der Vorteil für eine Firma, die so etwas einsetzt, ist der, Daten, Stammdaten werden einmal erfasst und für alle folgenden Teilsysteme verwendet, ohne dass Daten verloren gehen, dass fehlende Datenkonsistenz vorliegen würde. So etwas ist in der heutigen Zeit sehr entscheidend für eine Fertigung. Gemeinsam mit T-Systems Austria haben wir im Bereich der Objekterkennung in Kombination mit künstlicher Intelligenzunterstützung einen Showcase geschaffen, der folgenden Vorteil bringt. Am Shopfloor gibt es Werkzeuge, die für einen entsprechenden Arbeitsschritt in einer CNC-Maschine erforderlich sind. Das heißt, es müssen die richtigen Werkzeuge zum richtigen Arbeitsschritt zugeordnet sein, damit es zu keinem Maschinenschaden kommt. Jeder hat ein Smartphone. Anleuchten sozusagen mit der Kamera und ich bekomme auf meinem Display meines persönlichen Smartphones die nötigen Informationen. Direkt an die Hand des Werkers, des Operators. Da haben wir schon wunderbare erste Erfolge und da nutzen wir das breite Know-how von T-Systems und das freut mich riesig, dass das schon soweit gedient ist. Was mir in der Zusammenarbeit mit T-Systems besonders gefallen hat, ist, dass das nicht eine rein technokratische Angelegenheit war, sondern tatsächlich eine emotionale. Die wollten genauso wie wir, wollten die, dass das hier, dieser Aufbau, dieser Smart Factory, dieser Forschungs- und Lernfabrik funktioniert. Das merkt man, dass also proaktiv der Kontakt von T-Systems zu uns gesucht wurde. Wie geht es euch? Wo braucht es die Unterstützung? Wie kommen wir voran? Und da darf ich auf ein wunderbares Projekt, das wir schon gestartet haben, im Zuge der Aufbauarbeit verweisen. Die Schwesterfirma oder Organisation Magenta. Mit der konnten wir, auch auf Mitbetreiben der T-Systems, konnten wir eine 5G-Campus-Lösung hier in unserer Smart Factory installieren. Und da haben wir jetzt einen ganz schönen Use Case, den wir vorbereiten. Da geht es um Augmented Reality mit einer Leichtgewichtsbrille für die Menschen, die hier an den Apparaten, an den Maschinen arbeiten. Und Bildverarbeitung in sehr kurzer Zeit braucht hohe Übertragungsleistungen. Dann nutzen wir das 5G-Netz. Die Informationen kommen vom Backbone zurück an mein Smartphone, über das Kabel in meine Brille. Sprich, der Operator sieht genau das, was er wissen möchte. Aktuelle Zustandsdaten der Maschine, welche Aufträge laufen auf dieser Maschine. Man kann da alles Mögliche, was für den Operator notwendig ist, einstellen. Und da sind wir wieder froh, dass wir auf die Kompetenzen der T-Systems zugreifen können. Und last but not least wird uns früher oder später und wahrscheinlich auch wieder mit der Hilfe von T-Systems, werden wir uns in die tiefere Welt der künstlichen Intelligenz noch hineinbewegen.